Wieso? Also mich stört nichts eigentlich. Letztes Mal war es noch schlimm, da war hier alles so grün umrandet, aber geht schon besser. Ne, so geht's. Ja, okay. Okay, dann. The Mercury Assistant. Hallo? Hi Valerie, hier ist Raymond. Ich weiß, es ist später, aber es tut mir auch wirklich leid, aber kannst du mal rumkommen. Ich habe einen familiären Notfall, kannst du mal rumkommen und das hier weitermachen? Ich bin gerade einmal am Aufschlitzen. Ich habe noch nie eine Leine aufgeschnitten, aber es ist trotzdem in Ordnung. Ja, du machst einen guten Job, ich habe eine Checkliste für dich. Okay, ich bin gleich da. Danke dir, wir sehen uns dann morgen. Okay. Also wir sind jetzt hier in der Leichenhalle, ne? Das ist ein Kerzielein, das wir anziehen können. I've already checked vitals, bathed the body and set the face. You know what you're doing by now, but just in case here is a list. Also nur für Notfall. Hier ist eine Liste, ich habe den Körper schon gewaschen und das Gesicht auch schon so gemacht, wie es gehört. Wear coat and gloves. Also wir sollen jetzt Sicherheitsdinger anziehen und Handschuhe. Ich habe die Tools noch nicht rausgebracht, also bringt Tubbing, weiß ich nicht was das ist, Spritzen, Skalpell und Throwcars zum Sight Table. Okay, wir gehen da jetzt mal rein. Boah, nee, das ist total widerlich. Oh, es ist widerlich. Ah, nee. Nee, ich gehe da nicht rein. Nö, da habe ich gar keinen Bock drauf. Tut mir furchtbar leid. Finde ich total nicht toll und finde ich total widerlich. Jetzt liegt da so eine Frau und wir müssen die aufschneiden. Ich starr sie einfach so lange an, bis sie sich selbst aufschneidet. Das ist doch auch eine Idee, oder? Ich finde das nicht lecker. Total ungeil. Und bäh. Ich möchte da nicht rein. Das finde ich jetzt echt gerade total... Jenny Schubs. Hops. Nein. Das ist voll eklig. Ich will hier nicht sein. Boah, nee. Ihhh. Da... Okay. Okay. Äh. Wir brauchen es mal. Okay, also wir müssen irgendwelche... ... ... Skalpell. Ah, hier ist ein Skalpell. Das nehmen wir. Das sind Spritzen, oder? Diese Box ist ein Prototyp. Na, das ist ja mal toll. Okay. Oh Gott. Nee. Ich hab das genau dahin gelegt. Du bist voll eklig, Chester. Da hat was geklopft. I genau an der Tür, wo ich stand, glaube ich. I. I, I, I. I, was ist? Und was brauchen wir noch? Slit your throat. Nein. Stroke cars. Tapping. Was ist Tapping? Tele-Tapping. Tapping. Sponge. Putback. Das brauchen wir auch nicht. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ihr. Jetzt juckt's mich. Da stand jemand. Ich brauche Tapping. Tapping. Was ist denn? Eh. Sagt mir mal einer, was Tapping ist. Muss mal. Oh, Brezi mit Nutella ist geil. Koche, hallo. Alles gut bei dir? Was ist Tapping? Oh, dieses blöde Link-Ding. Sorry, Chester. Hans, bitte. Er macht ja immer. Aber nur bei dir. Verstehe ich nicht. Das macht er immer nur bei dir. Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt Tapping? Ich glaube, ich brauche Tapping. I drink, bring it to... Syrinx, Scalpel and Stroke cars. Habe ich schon. Per, ähm. Äh. Ich weiß nicht mehr. Ausrufezeichen. Du bist der Mod. Keine Ahnung, Mann. Ähm. Permit. Permit. Kann mir bitte jemand sagen, was Tapping ist? Tapping. Ich habe jetzt, glaube ich, alles schon angeklickt. Poison. Das haben wir ja schon. Ähm. Tapping. Ähm. Syrinx, Scalpel. Äh, warte, ich zeig's dir. Äh, hier, da steht... Nein, nicht Tapping, sondern Tapping. T-U-B-I-N-G. Oder Troll cars. Äh, zweites, ähm, genau. Über, in der Maschine. Tapping oder Troll cars brauche ich. Hat die gerade geatmet? Ach, hier, hier, ich hab's. Dankeschön. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Tapping. So, und nun? Ich hab's, dankeschön. Create the embalming mixture in the machine. Formaldehyd, Ethanol. Okay, Ethanol. Formaldehyd. Und da oben war das andere, glaube ich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich soll irgendwas mit ihrer Vene machen? Oh mein Gott, nein, ich will das nicht. Das ist total eklig. Okay, create an incision in the Chirotide Atari. And. Jugular. Jugular. Ah! 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 Ich bin. Ah! 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 Hahaha! Bäh! Äh! Gomi? Gomi? Ah! Ah! Ich dachte ich muss laufen! Boah, iiih! Ah! Ah! Boah! Oh mein Herz! Boah, das ist eklig, alter! Ich weiß es nicht! Dieses Spiel hier, Our Secret Below, haben wir als Demo gespielt, das war geil! Auch so ein Escape Spiel! Boah ne, das ist nicht gut! Das ist total eklig! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!